hallo und herzlich willkommen bei wetter gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und ich will heute das handy spiel lotz mobile spielen ich muss kurz noch mal wieder installieren und dann bin ich soweit bis gleich fertig sind wir mit dem download jetzt kommen noch ein paar kleine updates aber es dürfte nicht lang dauern musik wieder vergessen musik musik schade ich hab das ja schon mal gespielt gehabt angefangen hatte ich wieder runter geschmissen das spiel und ich dachte ich krieg mal einen account wieder aber ne krieg ich nicht schade ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war's. Ja, das war's. Das sieht doch schon mal sehr gut für mich aus. Jawohl. Ja, das war's. Ich hab ein paar Truppen mehr. Ja, aber nur ein paar. 464, ich suche nur noch. Ja, 20 nur noch. Ja, das war's. 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 Ja. Ja, das war's. 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 Ja. Ja, das war's. Ja, das war's.